Na hallo lieber Zuschauer, was ich ganz kurz loswerden wollte, ich habe ziemlich lange an dieser Folge geschnitten und würde euch bitten die Folge auch von Anfang bis Ende zu gucken und ja ich saß ungefähr anderthalb Stunden am Schnitt, ich habe mir heute mal richtig Mühe gegeben und es würde mich freuen wenn diesmal auf jeden Fall Feedback kommen würde, wenn ihr mir sagen könntet ob euch das Jumps Cutten gefällt, ob euch das besser gefällt als sonst oder ob ich lieber das alte Schema beibehalten sollte und eure Meinung ist mir in diesem Fall ziemlich ziemlich wichtig und deswegen würde ich euch bitten von Anfang bis Ende zu gucken Däumchen nach oben, wenn es gefallen hat, Däumchen nach unten, wenn es nicht gefallen hat und dazu könnt ihr dann auch noch gerne einen Kommentar verfassen, was ihr daran beschissen fandet oder was ihr daran gut fandet und jetzt viel Spaß mit dem Video Aber ich... Oh! Jo, was geht? Meine Katopfe-Freunde Ähm, hier sind wir in Kanalisation und wir gehen erstmal in Licht, weil da nicht gut aussehen Ähm, ja, letztes Mal sind wir in die Kanalisation hier gelatscht und ich denke mal hier muss ich durch, das sieht gut aus Ja, ja, ja Ähm, ja, wir sollen einen Ausweg durch die Kanalisation finden und ich hoffe mal, dass das hier einfach mal der richtige Weg sein wird Ähm, boah, hab ich ein bisschen Eis, ne? Ist der Outlast? Ist so laut hier Dann muss ich doch in die dunkle Richtung... Ah, hier sind wir reingegangen, okay Oh, Alter, wenn die... Hier ist so Jumpscare-Potenzial gerade hier, ne? Hier kann ich auch nicht fangen? Moment Ähm, dann muss ich doch hier durch Hab das Mikrofon jetzt ein bisschen anders hingestellt Ich hoffe, dass es hört sich jetzt ein bisschen besser an als vorher Oder sagt euch etwas besser mehr zu Ey, yo, was geht, Bruder? Ey, Allah Ah, okay, wir müssen da durch Gut Jumpscare incoming in 3, 2, 1 Okay, das sieht nach was aus Ich will gar nicht da lang, deswegen quetsche ich mich mal möglichst schnell hier durch Weil ich keinen Bock habe, dass gleich irgendwas um die Ecke kommt Ah, okay, Speicher, wir sind unser Sicherungspont Äh, neues Ziel, drehe zwei Ventile auf, um das Wasser abzulassen Ähm... Prison Block Train, Female War Train, okay Äh, wo sind wir denn? Das ist jetzt die Frage Ich kann das gerade nicht wirklich so zuordnen, also Oder ist das hier die Plattform mit der... Okay, dann sind wir hier Und dann müssen wir da runter Die zweite links Und dann bist du am Ende durch, okay Hier ist ja auch... Ach, Quatsch Nicht gruselig Nein, nein Ey, verpiss dich! Nein, wir müssen hier Komm schon Lauf, 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 lauf Und nein Das schaffen wir, das schaffen wir Das schaffen wir Ha, 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 ha Mixer Oh, die Musik, ey Lauter geht's auch nicht Nein, egal Ups Sherlock, we are safe Mixer So Okay, gut Also das Ding ist, bei dem Spiel bin ich hier relativ oft still Weil ich dann schon mich irgendwie erschrecke oder so Und mich dann darauf konzentriere, nicht zu sterben Deswegen tut's mir leid, wenn ich halt nicht durchgängig reden kann Aber ich hoffe, das kriegen wir hin Ah, okay, da ist er Toll Warum steht er jetzt ausgerechnet jetzt genau vor der Tür? Ohne Witz Gut Ich geh jetzt einfach mal an dir vorbei Zurück zum Ventil Gut, so Den haben wir schon mal abgehängt Und das war die Richtung zum anderen Ventil Das, wenn ich mich recht erinnere, müsste das die richtige Richtung gewesen sein Ich glaube, hier war das sogar Oh yeah, bitch Wow Hier irgendwas? Irgendwas zum Ah, fuck Ich brauchte vielleicht mal wieder Ich hab drei Batterien, okay Aber eine Batterie mehr wäre gar nicht mal so doof Und übrigens, sorry, dass die Kamera immer jedes Mal irgendwo anders steht Aber, äh, ja, okay Oh nein, ne? Oh nein Oh nein Kommt er jetzt wirklich hier her? Oh ja Bitte nicht Bitte nicht Bitte nicht Bitte komm einfach nur hier rein und guck nicht um die Ecke Ach, nein Oh shit, ich bin nicht hier Ich bin nicht hier Ich bin nicht hier Ich bin nicht hier Ich hasse es, ich kann bei den Leitern nie nach unten gucken Ja, batterien dunkler, bitte wechseln sie die Batterien, doch halt die Fresse Also entweder er taucht, er schläft, komm, was macht er denn? Egal, gut, hier nichts Batterien Okay, da ist nur ne Wand, da kommen wir nicht lang, da brauchen wir gar nicht hingehen Alter, wo hat der Typ die dann alle hingepfeffert, da können wir auch nicht lang Okay, Alter, Outlast ist echt ein perfekte Irgendeiner von den Typen toucht mich doch gleich an, Mann. Ja, Pissding. Warum erschreck ich mich bei sowas, ey? Okay, gut. Jetzt haben wir den Fetten abgehängt und müssen hier wieder hoch. Yo, leppt bei uns, Digga. Leppt. Leppt richtig. Leppt, leppt, leppt. Nein. Nein. Hallo? Hallo? Ich muss ja ein bisschen männlich klingen bei Horrorgames. Ja, hallo? Hallo? Ja, schau. Ich will nicht da runtergehen, Mann. Ach, Quatsch. Nicht creepy. Pff. Ihr und euer Pissspiel, Mann. Ich erschreck mich ab sofort nicht mehr. Ey, was soll man hier bei diesen hässlichen Gestalten, Alter? Alter, was geht bei dir ab? Er ist glücklich. Ah, ja, bitte. Ah, halt die Fresse. Wer hat schon... Ja, deine Mutter ist die Question, Alter. Nein, aber ernsthaft jetzt... Die Patienten wissen, dass Dr. Weroneke tot ist. Einer fragte mich, welche Experimente führt Dr. Weroneke tot ist? Durch was ist Dr. Weroneke tot ist? Okay. Ähm, jetzt ist die Frage, gehen wir runter? Ups, ich wollte nicht springen. Sorry. Jetzt ist die Frage, gehen wir runter? Gehen wir dem Lampenmann hinterher? Oder was? Ach, komm, wir können ja erstmal hier lang gehen und gucken, was uns hier erwartet. Okay, da geht's nicht weiter, aber... Ey! Officer! Officer! Hey! 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 Aber ich glaube... Ja, gut, hier kommen wir gar nicht lang. Ja, dann müssen wir wohl dort runter. Wohl oder übel runter. Finde einen Weg aus der Kanalisation. Geh noch tiefer runter. Ähm... Irgendwer hat hier seine Tage. Male Ward, Female Ward. Hm. Female Ward, versteht ihr? Irgendwer hat seine Tage. Female Ward. Ich glaube, das... Ja, komm, wir gehen dahin, wo das Blut herkommt. Oh, obwohl, können wir die Tür machen? Hallo? Oh, Mann. Okay, kann ich mir... Ich kann mir verstehen, dass die Frauen ihre Ruhe haben wollen, wenn sie ihre Tage haben. Aber ich... Oh! Ich sehe gerade einfach nur in der Audioaufnahme, wie meine Stimme von so auf so fliegt. Meine Fresse, ich muss mal kurz raustaben. Oh, Mann. Ich hasse mein Mikrofon. Das springt halt immer wieder auf niedrigeren Pegel. Ich hoffe, man konnte mich jetzt das Spiel über trotzdem hören. Was bist du für ein Wichser, Alter? Werf doch nicht meinen Willy hier runter. Ja, komm, wirf doch noch mehr runter. Komm. Mach. Los. Gedärme. Ja. Gut. Was kommt als nächstes? Ein Taschentuch. Ja, super. Oder ist das ein Klopapier? Das Klopapier. Wichser. Mail Ward. Kann ich die Folge nicht jetzt schon beenden? Da. Hallo? Oh nein. Ich will nicht in... Hä? Ne, warte mal. Was? Ah. Nevermind. Wir kriechen durch das Blut. Ja. Super. Oh, mich nervt, dass mein Mikrofon sich immer leiser macht. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Keine Ahnung. Falls sich jemand von euch da ein bisschen mit auscampt, könnt ihr mir das vielleicht bitte sagen? Ich muss halt nochmal raus tappen, weil das schon wieder auf 89 statt 95 Prozent gegangen ist. Und ich weiß nicht, warum. Es ist halt einfach nur ätzend. Ja komm, krabbel durch. Krabbel von links nach rechts. Das ist so ätzend, ne? Das ist ein scheiß Mikrofon. Laut, leise, laut, leise, laut, leise, la, la, la. Kack Mikrofon. Also ich hab's ja echt gern, ne? Aber das muss echt nicht sein. Okay, da sind wir eben nicht durchgekommen. Hier liegt bestimmt eine Batterie. Schade. Aber Batterien werden gar nicht mal so schlecht. Hallo? Surprise. Oh nein, da geh ich nicht runter. Oh nein, da muss ich runter. Oh nein, wie eklig. Hallo? Jo, läuft bei mir. Da komm ich nicht lang. Ich muss zur Treppe. Ich muss zur Treppe, Treppe, Treppe. La, la, la. Ich hasse Wasser. Ich finde Wasser so eklig bei so Horrorspielen, ne? Es gibt nichts ekligeres als Wasser, ey. Komm, touch mich an. Los, jump, scammie. Kack, beschissenes Pisswasser, Mann. Ohne Witz, ey. Alter, behindertes Dreckswasser. Oh, ich bepisse mich gleich. Fick, scheiße, f***, Mann. Ich entschuldige mich für meine Kraftausdrücke. Es tut mir echt leid, aber wenn ich mich erschrecke, dann kann ich nur ausfallen werden. Ey, Bruder. Bruder. Ich leih mir mal deine Dokumente, ne? Vielleicht soll ich auch mal die Tür zumachen. Äh, na gut. Äh, Jot, für Dokumente. Er blutet immer noch. Äh, bin schon schwach, kalt. Äh, es blutet immer noch, aber es tut nicht mehr weh. Und ich habe fast Ruhe. Ich kann ihn wohl nicht mehr hören. Vielleicht klingt das die Therapie langsam ab. Okay. Äh, erinnert mir, wo du gesagt... Äh, hä, hä. Aha. Interessant. Bla, bla, bla. Ha, bla, bla. Einzige Hölle, ja. Achso, er hat das geschrieben. Bruder. Ich gehe nicht durchs Wasser. Ich gehe durchs Wasser. Jo. Ach, da muss ich durch, okay. Ich frage mich immer so, woher die Löcher kommen, wisst ihr? Also, da ist halt so ein Loch. Und da ist halt einfach nur ein Loch. Versteht ihr, was ich meine? Oh, eine Batterie. Äh, muss ich oben drüber klettern? Digga, was muss ich machen? Ich glaube, wir beenden das auch hier. Weil langsam wird die Folge ein bisschen lang. Deswegen sage ich hier, wir campen uns hier. Hallo! Äh, campen uns mal hier in die Ecke. Ich hoffe, es euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, Däumchen. Und so. Und bis sonst, äh, sonst hier. Ja, ne? Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Tschödelü!